Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur ersten Session des Tages, natürlich spät wie immer. Wir haben dann wahrscheinlich ungefähr sieben Minuten, um Ports zu preparen und uns umzuziehen. Und ich glaube, es wird eine geile Session. Unsere Session geht gleich los, denn heiß ist es wie immer. Ich bin auch heiß. Vielleicht gehe ich noch mal rein, aber ich muss auf jeden Fall ein bisschen an der Technik arbeiten. Wir geben uns die allergrößte Mühe, damit ihr morgen alle dabei sein könnt. YouTube CityWay-Kanal, Livestream morgen. Bestes Essen, Salze, Eier, Avocado. Hau es hier an. So Pornös. Ja, das hier ist der Livestream. Leider habe ich kein gelbes mehr. Ich mache Elektrolyte Drinks, damit die Jungs mir hier nicht umkippen. Bei 40 Grad draußen. Hey boy! Ich habe mir jetzt die Haare eingeölt. Das geht's. Für das ist ja laßig. Mh. Für das Barbecue Tuesday. Und morgen? Taco Friday. Dann gibt es Mucha Papayas. Let's go! Pouch. Allah. Hydration Drink von Mama, Wasser, Eiswürfel, Zitrone, Salz, sehr viel Liebe und eine Soße von ihrer Lieblingslimonade. Schmeckst du die Liebe? Liebe ist der Röntling. Wie eine Umarmung. So fühle ich mich sonst nur, wenn der Lenny bei mir im Zimmer liegt. Ich bin der Röntling. Der Plan ist jetzt ein richtig klischeehaftes Diner zu gehen. Wir wollen auf jeden Fall dieses rotbezogenen Ledersofas. Ja man, so ist richtig geil. Aber halt auch so ein Chica Ricas. Pulp Fiction Style. Curly Fries. Guck mal. Curly Fries. Wir gehen jetzt baden. Taleni macht ein Backflip von dem Steg da vorne. Marios macht ein Promplip und die Ellen sieht sich gerade aus. Ellen macht Baywatch. Ellen macht Baywatch. Runde 3 ist Best Trick. Da haben wir wieder Heats mit vier Surfern. Und wir haben zwei amerikanische Judges und dann besprechen wir das nochmal. Nächste Session ist gleich on. Die Mädels waren gerade schon hart am shredden. Achtung. Na ten Euro. Da sind wir jetzt. Wir sind jetzt in das Internet. Na ten Euro. Na ten Mal. Aber wir sind jetzt hier mal. Na ein paar Menschen. Na zwei haben wir. Na zwei haben wir. Na drei haben wir. Ja, na drei haben wir.